Hi, ich bin die Inga, ich bin Fischkopf gestrandet in Hessen, komme ursprünglich aus Bremen, habe angefangen als Trainerin in Spanien zu arbeiten auf Lanzarote, bin dann wieder zurückgekehrt in meine hanseatische Heimat, wo ich neben dem Studium weiter als Trainerin gearbeitet habe, war dann allerdings acht Jahre lang der Wirtschaft verschrieben und habe nach dieser Zeit gemerkt, dass ich wieder zurück möchte in meinen Job. Da wo ich hingehöre, bin mittlerweile ein Buddy-Nerd und bin Trainerin für EMS, Biokinematik, Gehirnfitness-Training. Wir geben auch Workshops, machen Firmenfitness, Ernährungsberatung und schauen uns immer wieder die verschiedensten Trends an, um euch perfekt beraten zu können. Ihr könnt uns finden in den Studios Buddy-Nerds unter Strom in Darmstadt und in Thieburg.